Malteid und Willkommen zurück hier bei Star Citizen. Wir sind wieder auf der IAE und heute ist Drake-Tag. Darauf freue ich mich immer ganz besonders. Ihr seht das hier an meinem wunderbaren T-Shirt. Ja, ich bin Drake-Fanboy auf jeden Fall und ich freue mich jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue, wenn Drake ausstellt. Das ist wunderbar. Ich gönne mir dann auch regelmäßig die Caterpillar. Das Ding steht weiter hinten im Hintergrund. Damit wollen wir uns jetzt aber natürlich nicht befassen. Denn wie ich ja schon gesagt habe, ich präsentiere jetzt hier bloß die Neuigkeiten. Naja, Neuigkeiten ist falsch, aber die Neuheiten in Videoform. Und deswegen stehen wir hier schon vor der Cutter Scout. Die ist neu. Also Flight-Ready geworden ist sie schon vor ein paar Wachen, glaube ich. Aber wie gesagt, jetzt ist sie eben hier auf der Messe. Sie ist verfügbar für alle zum Testen. Und dementsprechend gucken wir uns das gute Stück gleich mal an. Da drüben steht die normale Cutter, das Starterschiff. Und ich verlinke euch jetzt auf jeden Fall oben in der Ecke nochmal mein Video zu den Starterschiffen. Da habe ich nämlich die normale Cutter schon ein bisschen beleuchtet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde die Kiste jetzt mal leihen und wir sehen uns dann gleich im Hangar wieder. Eine Sache noch, solltet ihr, wie gesagt, Bock haben auf Star Citizen, nutzt den Free Flight jetzt gerade aus. Alles, alles cool. Einfach reinschnuppern, völlig kostenlos. Erstellt euch einen Account auf robotspaceindustries.com. Ladet das Spiel runter, gebt meinen Referral Code ein. Der steht unten in der Videobeschreibung. Dann kriegt ihr noch ein bisschen extra Startgeld und könnt dann loslegen und Spaß haben. Und vielleicht gönnt ihr euch ein Starterpaket und seid dann auch Teil der Community und könnt im Verse rumpesen, wann immer ihr möchtet. Und damit sind wir im Hangar New Babbage Spaceport und da steht sie. Unsere kleine Cutter Scout. Wir gehen einmal drum rum. Ich mag ja das Design von der Cutter sowieso schon sehr gerne. Da hinten dieser Spoiler über der Heckklappe, der gefällt mir auch recht gut. Und was ich von außen sehen kann, ist, dass sich das nicht groß verändert hat. Auch von der Bewaffnung her. Wir haben hier diese zwei, ich glaube, Size 1 Waffen sind es, die da dran sind. Wir haben die dicken Haupttriebwerke, die sich momentan in der VTOL Position befinden. Zum Landen hier, ich nenne es einfach mal Sekundärtriebwerke hinten dran. So, rein optisch, finde ich, ist das Neueste eigentlich der Spoiler. Höchstwahrscheinlich hat der später, weil das Schiff ist ja ein Scout-Schiff, ein Aufklärer, irgendwelche Sensor-Relevanz könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, ja, ist der Skin halt anders zur normalen Cutter und gehen wir doch einfach mal rein. Einstieg, wie gehabt, von hinten. Machen wir gleich mal das Brett zu, dass hier keine Störnfriede rin kommen. Und dann haben wir unseren kleinen Laderaum. Wir haben zwei SCU-Frachtkapazität, so viel kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und die stehen dann hier, so die beiden Kisten. An der Seite, ansonsten kriegt ihr hier auch mit Gewalt. Also schön ist es nicht, aber ihr kriegt hier auch ein Greycat Rock rein, was ganz cool ist. Ist halt nicht schön, aber naja, es geht halt gut. Dann öffnen wir mal hier und gehen in unsere kleine Kajüte. Hier haben wir das Bett, auch wie bei der normalen Cutter. Hier haben wir einen Spind. Ich öffne den mal, mal sehen, ob das... Ne, das haben sie natürlich noch nicht irgendwie verbessert. Müssen wir uns ein bisschen drehen, dass das nicht so scheiße aussieht. Und dann haben wir hier wieder eine Frachtkapazität drinne von 650K Mikro-SU für unsere persönliche Ausrüstung, die wir so mitnehmen wollen. Das Schiff selber hat natürlich auch, das habe ich bei den letzten Schiffen gar nicht gesagt, aber es ist auch nicht so wichtig. Auch noch ein internes Inventar. Und da haben wir 2000 Mikro-SU. 2000K. Ich weiß nicht, ob das 2 Millionen heißen soll oder ob das einfach nur ein Fehler ist. Aber dieses Schiffsinventar kommt irgendwann weg. Deswegen habe ich es auch die letzten Male nicht angesprochen. So, dann haben wir hier an dieser Stelle auch wieder das Wichtigste überhaupt, nämlich unser Duschklo. Mal gucken, ob wir hier was tun können. Da kommt unser Klo rausgefahren. Wunderbar. So muss das sein. Da ist die Brause. Ich vermisse irgendwie das Klopapier, aber eventuell hat dieses Klo hier auch einfach mal eine Spülung. Dann wollen wir mal schauen, ob wir irgendwelche Komponenten-Zugriffsgeschichten haben. Ach, guck mal, hier. Radar. Use Engineer Station. Ich glaube, die hat die normale Kata nicht. Chimera Communications. Ja, ich glaube, das ist denn so die Geschichte. Da können wir, wenn das entsprechende Gameplay vorhanden ist, dann irgendwelche Daten sammeln. Als Aufklärer wäre das ja sinnvoll. Okay, ich finde hier jetzt gerade tatsächlich keine Komponenten-Slots. Schauen wir uns hier nochmal eben um, ob hier irgendwas aufgeht. Hier drüben vielleicht. Nee, sieht auch nicht so aus. Das hier nehme ich an. Das sind Getränkespender. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ansonsten haben wir hier drinnen auch übliche Drake-Geschichte, Live-Support, Avionics. Hier können wir sogar mal drücken. Tatsächlich, wunderbar. Dann gehen hier diese Halteriegel weg. Das ist halt das Schöne, finde ich, bei Drake. Es ist sehr rudimentär. Es ist wirklich einfachst gehalten. Hier haben wir ein Waffen-Rack. Für eine große Waffe tatsächlich auch. A la Railgun oder so. Ein Gewehr, zwei Pistolen gehen hier rein. Hier unten haben wir noch ein Fach. Da kann man Munition reinpacken. Da vielleicht auch. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Nie ausprobiert. Ja, das war es eigentlich schon vom Innenraum. Schwingen wir uns mal auf den Sitz. Also ich denke mal, das dürfte sich nicht groß verändert haben vom Flugverhalten her. Schmeißen wir mal an den Hobel. Wenn wir dürfen. Ja, R und Flight Ready funktioniert irgendwie echt nicht mehr. Mit U schmeißen wir jetzt die Systeme an. Und dann müssen wir zusätzlich nochmal I drücken. Damit die Triebwerke angehen. Ihr könnt natürlich auch hier irgendwo über eine Taste, die es hier sicherlich gibt, irgendwo, das ganze Ding Flight Ready machen. Ihr wisst ja, wenn ihr F gedrückt haltet, dann können wir hier eine ganze Menge interagieren. Use staggered fire. Whatever that means. Aim assist. Free Gimbals. Ah, da geht schon ein bisschen. Gut. Dann wollen wir mal abheben. Ich gehe mal kurz in die Außenansicht. Und wie gehabt, oben drauf ist auch noch eine Sensorschüssel. Die habe ich natürlich von unten gar nicht gesehen. Ich schätze mal, die fährt hoch, wenn wir an die Engineering Station gehen. Ich drücke mal K. Ja, so haben wir den VTOL Modus. Gehen wir mal kurz ab. Und manövrieren uns mal langsam raus. Ah, ganz entspannt. Schönstes Tageslicht in New Babbage. So, ein bisschen Gas. Ein bisschen steigen. Und nehmen wir den VTOL raus, wieder mit der Taste K. Dann haben wir auch gleich mehr Schub. Ah, ihr seht das. Da drückt die volle Gewalt nach hinten. Also ich mag die Cutter. Wirklich. Ich finde, es ist ein nettes, kleines Einmannschiff. Es ist ein guter Starter. Kann man mit arbeiten. Ich finde, zwei SCU ist jetzt nicht so die Welt. Aber es geht. Warum nicht? Gehen wir mal den Fahrwerk ein. Da verschwindet das in der Hülle. Und auf geht's. Hinauf. Ich werde mir das jetzt an dieser Stelle tatsächlich mal schenken, zu einem Outpost zu fliegen, um Kisten einzuladen. Weil, wie gesagt, wir haben zwei SCU und die stehen da hinten drin. Das ist tatsächlich jetzt nichts, was ich unbedingt zeigen müsste. Weil ich, wie gesagt, die normale Cutter schon kenne und auch schon vorgestellt habe. Das dürfte sich nicht grob unterscheiden. Nicht groß. Ich fliege jetzt mal hoch in den Orbit. Und dann gucken wir mal, was sie im Kampf kann. Bevor wir da natürlich ankommen, machen wir noch eine Sache. Mal gucken, ob ich darf oder ob ich dann auf mein Mäulchen fliege. Erstmal beschleunige ich noch ein bisschen. Kurz mal schauen. Ja, ein bisschen geht der Geschwindigkeitsregler hoch hier in der Atmosphäre. 210 Meter die Sekunde, 215. Ein bisschen beschleunigt sie noch. Sehr viel mehr wird das nicht. Ich probiere es mal. Mal gucken, ob wir hinfallen. Oder abstürzen. Oder beides. Wir haben eine Höhe von 10.000 Metern. Also direkt abstürzen sollten wir nicht. Gehen wir mal hier ran. So. Schauen wir mal. Können wir das Ding einschalten? Irgendwie. Gibt es hier einen Knopf? Da. Power on. Finde ich gut. Und dann kann der Ingenieur hier theoretisch ein paar Sachen machen. Wir haben hier den großen Radar. Hier sehen wir unsere Signaturen. Hier die Schildverteilung und die Energieverteilung. Und hier könnten wir Energie einstellen auf Waffen, Schilde, Antrieb. Je nachdem, wo wir mehr haben wollen. Im Vergleich zu anderen Systemen. Gar nicht mal schlecht. Hier geht es wieder raus. Andere Knöpfe sehe ich tatsächlich nicht. Na gut. Wird natürlich super interessant für Ingenieurs Gameplay. Aber das ist ein Single-Schiff, Freunde. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Können zwar vielleicht einen Ingenieur mitnehmen. Aber Schlafplatz oder einen Sitzplatz hat der Kumpel nicht. So. Einmal nochmal kurz rausgeschaut. Nö. Die Sensorplattform da oben, die fährt nicht aus. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Ich suche uns jetzt mal einen Gegner, Freunde. Und dann machen wir ein bisschen Peng-Peng. Und dann gehen wir auf die Website. Tja. 19 Kilometer da unten. Meine Lieben. Da hätte ich auch gar nicht in den Orbit fliegen brauchen. Ich drehe mal kurz. Ein bisschen da ist New Beverage. Da hätte ich rüberfliegen können. Aber gut. Weiß man ja vorher nicht. Wenn man so eine Mission annimmt. Düsen wir nochmal runter. Ich habe eben auch nochmal kurz zwischen den Cuts mir nochmal die Schalter hier im Cockpit angeguckt. Also hier habe ich keinen Schalter gefunden, mit dem wir oben dieses Sensor-Array aktivieren könnten. Schon allein nur, damit es vielleicht ausfährt. Naja. Gut. Macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Es ist halt da. Da kommt dann vielleicht noch was. So. Da haben wir unseren Gegner. Die Waffen sind gegimbalt. Es sind aber halt nur zwei an der Zahl. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Im Sturzflug ist es schon ein bisschen schwieriger. Da muss man nicht so schnell runterkommen. Wir wollen ja jetzt nicht den Boden knutschen, nicht wahr? Das sind VLRT-Bounties. Sprich, die einfachsten, die es gibt. Wir wollen ja nur mal sehen, ob wir da überhaupt klarkommen. Alles weitere, sag ich denn mal immer, ist skillabhängig. Mal eine Raketenabwehrin hier drücken. Mal sehen, ob das hilft. Hm, könnte geklappt haben. Hatte ich lange nicht. Dass das mal funktioniert. Was sagt der Höhenmeter? Alles cool. Oh, er hat einen Kumpel dabei, wa? Kann das sein? Ja. Wir haben hier Bulldog Repeater verbaut. Von Hause aus. Die haben zwar ordentlich Schuss. Aber machen halt auch nicht so den Damage. Ui. Weil das ist eine Aurora. Das sollte eigentlich klar gehen. Ja, zum Flugverhalten kann ich auf jeden Fall sagen. Sie fliegt sich jetzt auch nicht anders als ihr Schwesterschiff. Die normale Cutter. Ist jetzt nicht so der Unterschied. Sie ist nicht so wendig wie ein Jäger. Soll sie ja auch nicht sein. Ist ja eher Richtung Allrounder. Auch wenn hier der Schwerpunkt auf Scouting liegt. Wozu wir halt aktuell noch nichts sagen können, weil wir das Gameplay dafür noch gar nicht haben. Aber macht schon Spaß. Finde ich nach wie vor einen guten Starter eigentlich. So, ist ein Kumpel auch weg. Also wir sehen, die einfachsten Bounties kriegen wir hin. Ist überhaupt gar kein Problem. So, dann fliegen wir hier noch schön über New Babbage. Beziehungsweise über Microtech. Über die eisige Landschaft hinweg. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Aber Freunde, wir sind ja nicht zum Zeitziehen hier. So, und damit sind wir dann auch am Schluss angekommen. Sind auf der Website und gucken uns das gute Schiff mal an hier. Was gibt es denn als Angebot? Direkt auf der Seite steht wie immer der Dollarpreis. 50 Dollar für das Schiff wird aufgerufen. Finde ich gar nicht so schlecht. Kann man machen. So, und in der Warbound Edition. Da sind wir jetzt im Europreis. 49,80 Euro plus Steuer. Und inkludiert sind eine lebenslange Versicherung. Was gar nicht mal schlecht ist. Ein Paint dazu. Ja gut, der Hangar, der interessiert uns jetzt eigentlich nicht so wirklich. In der Standardvariante haben wir halt, wie üblich, die 120 Monate Versicherung. Das Ganze kostet uns dann 55,34 Euro. Auch hier können wir mal gucken. Aber da ist dann halt kein Paint dabei. So, wir könnten natürlich hier auch nochmal runterscrollen. Es gibt hier 8 Paints für die ganze Nummer. Die könnt ihr euch dann kaufen. Für 23,24 Euro. Oder diesen Nightfall Paint eben dazu. Der kostet euch dann 3,32 Euro. So sieht der aus. Sehr, sehr dunkel mit ein bisschen Grün. Kann man schon machen. Was ich jetzt natürlich gerne noch wissen wollen würde, weil für mich sind die Dinger ja eigentlich Starter-Schiffe. Aber ein direktes Starter-Paket sehe ich jetzt hier nicht. Auf der Drake-Seite. Können wir hier natürlich nochmal durchschalten. Dragonfly, Herald, Kraken, Privateer, Mule. Halt alles, was Drake so im Angebot hat. Cutts Black, Blue, Red, Steel. Und da sind wir wieder bei der Cutter. Also, da sehe ich eigentlich nichts. Ich könnte hier höchstens nochmal bei der Cutter gucken. Ob wir hier ein Starter-Paket haben, ob wir hier ein Starter-Paket haben zur Zeit. Aber sieht nicht danach aus. Da müsst ihr dann in den Pledge-Store. Und das habe ich in dem Video, wo ich die Starter-Schiffe vorstelle, bereits erklärt. Das habe ich euch am Anfang des Videos verlinkt. In der Endcard ist es auch nochmal da. Gut, mehr bleibt mir dazu, nichts zu sagen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das war für euch einigermaßen informativ. Und ja, das nächste Video zur IAE kommt, wenn es was Neues gibt. Als denn, bis denn. Ich hoffe, das war für euch einigermaßen.